Das Pergier 10 mm mit einer Offenblende von f5.6 bzw. nicht mit einer Offenblende, sondern mit einer fixen Blende von f5.6. Es ist ein sehr, sehr kleines, sehr, sehr kompaktes Objektiv, was mir die Firma Pergier mal zur Verfügung gestellt bekommen hat. Es ist komplett aus Metall gefertigt, hat keinerlei elektronische Kontakte, sprich ist es ein rein manuelles Objektiv. Blendenring haben wir wie gesagt nicht, weil fixe Blende der Fokusring hingegen lässt sich aber sehr, sehr gut bedienen. Und man kann ja damit doch ziemlich gute Bilder machen. Im Zentrum ist die Schärfe sehr, sehr gut. Zum Rand hin fällt sie ein bisschen ab. Was wir als unschönes Argument haben gegen das Objektiv, sage ich mal, ist hier definitiv die chromatischen Operationen bzw. sind hier die chromatischen Operationen, die auch im Zentrum sehr, sehr stark vorhanden sind. Insgesamt bin ich aber sehr, sehr zufrieden mit dem Objektiv. Wenn euch ein ausführliches Review interessiert, das gibt es bereits auf dem Kanal. Da könnt ihr euch das entsprechend nochmal anschauen. Kostenpunkt 79 Euro. Wer schon mal ein Fisheye-Objektiv ausprobieren wollte, der hat jetzt die Möglichkeit dazu.